Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich habe mal wieder ein neues spannendes Thema. Heute geht es um Photovoltaiküberdachungen. Genau genommen über PV-Carports, wie man sie nennt, oder eben auch Terrassenüberdachungen mit entsprechend Photovoltaikmodulen. Das heißt, die bieten dann nicht nur Schutz vor der Widerung und dem Regen und so weiter, sondern können parallel auch noch Energie erzeugen. Ja, also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Und wir schauen uns das heute mal an, was gibt es eigentlich so für Möglichkeiten, was kostet das so ungefähr und natürlich auch, was muss man in Bezug auf die Modulauswahl, Montagesystem und so weiter beachten, um sich sein eigenes Photovoltaik-Carport oder Terrassendach realisieren zu können. Ja, fangen wir heute mal an mit so einem kleinen Rückblick, aber auch Ausblick, wie Photovoltaikmodule, aber natürlich auch die Photovoltaikanlagen von so ganz normalen Standardanlagen, sich immer weiter dahin entwickelt haben, dass sie heute auch ganz oft als Design- oder Stilelemente am Haus eingesetzt werden können und zwar durchaus als sinnvolle Stilelemente, weil egal, wo man sie verbaut, erzeugen sie ja letztendlich auch irgendwo ein bisschen Energie. Und klar, wer bislang oder bisher immer so über Photovoltaikanlagen gesprochen hat, der hat immer sofort die ganz normale Aufdachanlage oder auch eine Flachdachanlage oder maximal irgendwas, was irgendwo im Garten aufgeständert wird, so vor Augen. Aber die Technik entwickelt sich ja stetig weiter und jetzt gerade in den letzten Jahren hat sich da sehr viel getan. Der Trend geht immer mehr zu den Glas-Glas-Modulen, das heißt, ich habe also auf der Rückseite keine Folie mehr, sondern ich habe ein Doppel-Glas-Modul. Dann kam die immer höhere Bifazialität von eben den entsprechenden Solarzellen, sodass es auch tatsächlich Sinn ergeben hat, wenn da Licht durchkommt und das wieder reflektiert wird und die Solarzellen praktisch von unten auch nochmal angestrahlt werden, was wieder ganz neue Möglichkeiten, also wer mein Video kennt über bifaziale PV-Module, kann ich auch mal hier verlinken. Da habe ich auch so ein paar Sachen angesprochen, wie zum Beispiel Solarzäune und alles sowas. Und auch gerade bei einer Flachdach-Montage machen dann auch gerade bifaziale Module auch durchaus einen entsprechenden Mehrertrag im Vergleich zu normalen, nicht rückseitenaktivierten PV-Modulen. Ja, da hat sich das also schon durchaus entwickelt. Und dann kommt man jetzt so langsam, schlagen wir jetzt die Brücke auch in diese Richtung von Überdachungen, wenn ich jetzt so einen Carport oder so eine Terrasse nehme, dann kommt es mir schon auch darauf an, dass ich unter dieser Terrasse oder dem Carport auch einen gewissen Lichteinfall habe. Ich will jetzt ja nicht nur Strom erzeugen, wo es nur geht, sondern so ein bisschen Komfort willst du auch haben. Und da gibt es eben jetzt immer mehr auch Hersteller, die spezielle PV-Module entwickelt haben, wo tatsächlich dann zwischen den Solarzellen einfach ein bisschen mehr Platz ist, damit auch mehr Licht durchfallen kann. Logischerweise haben dann diese Module insgesamt ein bisschen weniger Leistung, wenn man das jetzt vergleicht mit einem vollbelegten Modul. Aber das ist ja auch logisch, da sind auch weniger Solarzellen drauf. Aber da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, dass das auch schick aussieht, aber gleichzeitig eben auch entsprechend Energie erzeugt. Und wie gesagt, das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Und als erste Möglichkeit werfen wir mal einen Blick auf die Terrassenüberdachungen. An der Stelle allerdings noch kurz der Hinweis, dieses Video ist entstanden mit dem Anbieter PV-Dach, die mich hier mit entsprechendem Material versorgt haben. Das ist wichtig, weil ich das jetzt hier natürlich als Werbevideo auch kennzeichne. Aber ihr kennt mich, das bedeutet nicht, dass das hier eine reine Werbeveranstaltung wird, sondern mir ist eben die Transparenz wichtig. Deswegen weise ich euch immer darauf hin, wenn ich einen entsprechenden Kooperationspartner in einem Video habe. PV-Dach hat allerdings auch ein paar interessante Systeme im Angebot. Wir werden uns das gleich mal so ein paar davon mal anschauen. Und wer da nähere Infos zu haben will, ich habe in der Beschreibung natürlich die Webseite verlinkt, aber auch deren YouTube-Kanal. Da gibt es auch noch so ein paar weitere Informationen zu deren Systemen und natürlich auch zu den entsprechenden PV-Modulen. Ja, wenn wir uns jetzt so eine Terrassenüberdachung anschauen, dann hat da PV-Dach auch so einige Komplettlösungen im Angebot, die man auch entsprechend konfigurieren kann. Das geht von der Tiefen so ab 2 Meter bis hin zu 5,10 Meter und von der Breite her geht das bis zu 10 Meter. Da kannst du also durchaus die ein oder andere Terrasse mit überdachen. Von der Konstruktion her, vom Material kann man dann wählen zwischen entweder Holz, für die, die es so ein bisschen klassischer mögen, oder eben auch in Stahl oder in Aluminium, wenn das Ganze so ein bisschen, naja, moderner letzten Endes sein soll. Auch bei den PV-Modulen kann man da eine gewisse Auswahl treffen. Auch da kommen wir gleich noch drauf, was es da so für Möglichkeiten gibt, je nachdem, ob man jetzt mehr oder weniger Licht unter dem Terrassendach haben möchte. Je mehr Solarzellen ich oben drauf packe, desto weniger Licht habe ich, aber natürlich desto mehr Energie erzeugt meine Terrassenüberdachung dann. Und nur mal so als Beispiel, wir nehmen mal jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe mal geguckt, unsere Terrasse am Haus, was die so haben könnte. Da könnte ich mir vorstellen, eine 4x6 Terrassenüberdachung, 4x6 Meter. Dann hast du in dem Fall, hättest du dann zum Beispiel 12 Module und die kannst du dann variieren. Die gehen dann von 245 Watt Peak. Das wären praktisch dann Module mit relativ wenigen Solarzellen. Das kann aber durchaus auch bis zu 400 Watt Peak pro Modul sein. Das heißt also, die Gesamtleistung von so einer Terrassenüberdachung in der Größe, die variiert halt je nachdem zwischen 2,9 Kilowatt Peak und so groben 4, irgendwas Kilowatt Peak. Das Ganze kommt dann bei PV-Dach mit dem entsprechenden Zubehör als Komplettpaket, also mit dem benötigten Montagematerial, vor allen Dingen auch den Schienen- und Montagesystem, was man benötigt, eventuelle Dachrinne, Abflussrohr etc. pp. Und natürlich können auch bei so einer Terrassenüberdachung noch durchaus Sonderwünsche mit eingebaut werden, wenn man da jetzt irgendeinen speziellen Anwendungsfall hat. Und wenn man da mal schaut, jetzt je nach Konstruktion sind die Preise natürlich anders. Was ich meine, wir haben jetzt einen 4x6 Meter, dann liegen die Preise so ungefähr bei 10.000 Euro, wenn du das aus Holz nimmst, so circa, also immer so plus minus. Das kommt noch darauf an, was für eine Modulauswahl du triffst ganz besonders. Also so 10.000 Euro für ein Holz-Terrassendach, etwa 11.000 Euro für ein Aluminium-Terrassendach und so circa 12.000 Euro plus minus für ein Stahl-Terrassendach. Kommen wir zur zweiten Möglichkeit, nämlich den PV-Carport. Und auch hier hat PV-Dach einige Möglichkeiten im Angebot, im Prinzip so ähnlich wie bei den Terrassenüberdachungen. Das heißt, ich kann erst mal den Werkstoff wählen. Also auch das kann ich in Holz, in Aluminium und auch in Stahl bestellen. Und auch da kann ich natürlich wieder an den PV-Modulen dann entsprechende Variationen walten lassen, ob ich jetzt mehr Leistung will oder weniger Leistung oder eben mehr Lichtdurchfall oder ob es auch so ein bisschen dunkler sein kann. Gerade bei so einem Carport stelle ich mir das relativ interessant vor. Wenn man das Ganze jetzt zusammenbaut und hat da auch noch eine Ladesäule oder so drin, dann ergibt das durchaus für den einen oder anderen E-Auto-Besitzer auch ein sehr rundes Bild, will ich mal sagen. Und ich habe jetzt hier mal auch, nur damit wir uns ein Preisbeispiel haben, an dem wir uns langhangeln können, habe ich jetzt mal einfach einen Carport genommen, 5x5 Meter. Also auch da, wie gesagt, gerade die Carports werden laut PV-Dach fast immer individuell gefertigt. Also da hast du bei den Breiten meistens sehr große Variationen und Sonderwünsche, sowohl auch bei den Tiefen, aber auch bei den Höhen. Der eine muss da einen Bulli drunter stellen, der andere hat nur zwei Sportwagen, wie auch immer. Und dadurch werden die halt immer auch so ein bisschen auf Kundenwunsch gefertigt. Das bleibt dabei nicht aus. Die Dachfläche, wenn du jetzt sagst, okay, wir rechnen hier mit 5x5 Metern, dann hast du da eine Fläche, da passen dann ungefähr 15 Module drauf. Und die Standardmodule von PV-Dach, die hätten jetzt in dem Fall 320 Watt Peak. Das heißt, du kommst dann hier auf so ungefähr 4,8 Kilowatt Peak an Leistung für dein Carport, was durchaus gar nicht schlecht ist. Ja, was kostet so ein PV-Carport? Ja, das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Ich habe jetzt gesagt, 5x5 Meter, wenn man das jetzt mit wenig Sonderwünschen hat, dann liest du da so ungefähr bei einer Stahlkonstruktion so auch wieder bei 12.000 Euro plus minus. Also schon durchaus ähnlich der Terrassenüberdachung. Aber was ich meinte, oft werden die Carports dann doch mehr individualisiert als andere Geschichten. Und da muss man halt so ein bisschen schauen. Das heißt, da bleibt am Ende nur die Rückfrage. Aber auch da ist natürlich bei PV-Dach ein komplettes System, was dann verkauft wird, inklusive Montagesystem, aber natürlich auch den entsprechenden Dachrinnen und sonst irgendwas, was dazugehört. Ja, wo ich zuerst ein bisschen skeptisch war, das war die Frage, ist sowas überhaupt am Ende wirklich wasserdicht? Und vor allen Dingen ist das auch nachhaltig wasserdicht? Also nicht nur im ersten Jahr, sondern idealerweise auch noch im 20. Jahr. Und ja, das ist an der Stelle wohl kein Problem. Wenn man sich das Montagesystem mal anschaut, ich kann mal hier so ein kleines Bildchen aus der Anleitung zu einblenden, dann sieht man diese besonderen Profile, wo die Module eingelegt werden. Man muss ja immer daran denken, dass die Module rahmenlos sind. Das sind also wirklich nur, man kann fast schon sagen, wie Glasscheiben kann man sich das Ganze vorstellen. Und die lege ich jetzt hier in mein Montagesystem ein und über diese entsprechende Dichtungsschiene, die man von oben drauf legt, ist das Ganze auch zum einen natürlich wasserdicht, aber zum anderen habe ich immer noch die Möglichkeit, beziehungsweise das Modul, wenn ich jetzt ein Holzcarport habe zum Beispiel da drunter oder meinetwegen auch eine Stahl- oder Aluminiumkonstruktion, dass ich da eben die Möglichkeit habe, dass ich das bewegen kann, weil eben diese Dichtung natürlich ein Stück weit elastisch ist. Die Module untereinander, die werden tatsächlich noch verklebt. Das heißt, da habe ich zum einen eine Dichtung, aber zum anderen wird auch eine Dichtmasse noch eingebracht. Das ist aber an der Stelle kein Problem, weil die Module untereinander, im Gegensatz eben zur Unterkonstruktion, da keinerlei Bewegung erfahren müssen. Das heißt, da ist so eine Elastizität nicht notwendig. Und daher ist auch das, selbst wenn es dann an diesen Stellen verklebt wird, immer auch nachhaltig dicht. Ja, wie sieht das Ganze aus mit Wechselrichter und der weiteren Technik? Die Reise der Elektronen beginnt vielleicht im PV-Modul, aber damit sie am Ende in der Playstation der Kinder endet, muss ja noch irgendwas dazwischen geschaltet werden. Aber da kommt es natürlich jetzt ein bisschen drauf an. Grundsätzlich könnt ihr natürlich auch die Wechselrichter und so weiter bei PV-Dach mit dazukaufen, passend zum jeweiligen Dach, was ihr jetzt baut mit der entsprechenden Leistung. Aber es kommt natürlich darauf an, habt ihr schon eine PV-Anlage, wo ihr die vielleicht noch als Zusatzstring mit einbinden könnt, wird das eine einzelne Anlage und so weiter. Da kommt es ein bisschen drauf an. Viele planen sowas ja auch im Doppelpack. Das heißt, sie planen eine Aufdachanlage mit, ich sage jetzt mal einfach nur 10 Kilowatt Peak und hätten jetzt aber die Option, auch ein Terrassendach oder meinetwegen auch ein Carport-Dach noch mit PV auszulegen. Und wenn da dann noch 3 oder 4 kW Peak dazukommen, dann würde man einfach an der Stelle sagen, okay, ich nehme anstatt eines 10 Kilowatt Wechselrichters, bestelle ich einen 15 Kilowatt Wechselrichter, nehme das Dach, entweder die Terrasse oder eben das Carport, spielt da keine Rolle, nehme ich als eigenen String und dann ist das Ganze gut. Da muss man halt immer so ein bisschen drauf schauen. Wenn euch das so ein bisschen genauer interessiert, also so ein bisschen die Stringplanung und wie würde man jetzt so unterschiedliche Photovoltaikanlagen in so einem Haus vom System her einbinden, dann kann ich da nochmal ein eigenes Video zu machen. Aber das muss man halt dann schauen. Das obliegt natürlich dann wieder einem selber, wie man jetzt die Energie von dem jeweiligen PV-Dach dann hinbekommt, dass die auch ins Netz eingespeist wird. Und da ist auch wieder ganz wichtig, da braucht ihr natürlich auch wieder einen entsprechenden Elektriker für, der dann letztendlich die gesamte Wechselstromseite dann anschließt. Und wenn das Ganze keine Inselanlage wird, was man natürlich auch machen kann, theoretisch, du kannst auch so ein Carport als komplette Inselanlage laufen lassen, ist im Prinzip auch überhaupt kein Problem. Aber grundsätzlich, wenn es keine Inselanlage ist und das Ganze im Netz gekoppelt ist, dann braucht ihr natürlich immer auch einen Elektriker, der euch dann die gesamte Anlage entsprechend anmeldet und auch dann anschließt und in Betrieb nimmt. Nächste wichtige Frage ist natürlich, was müssen denn jetzt die PV-Module mitbringen, damit ich sie als entsprechende Dachkonstruktion überhaupt einsetzen darf? Da gibt es zwei wichtige Punkte. Zum einen die entsprechend richtige bauaufsichtliche Zulassung. Das heißt, die PV-Module, die ich jetzt für so ein Terrassendach oder auch Carportdach oder was auch immer einsetzen möchte, die müssen die bauaufsichtliche Zulassung dafür haben, dass sie auch als Dach verwendet werden dürfen. Da gehören gewisse Prüfungen zu, da gehören auch gewisse Normen zu, die dann so ein Modul erfüllen muss. Da geht es viel um Temperaturbeständigkeit, um Schlagfestigkeit, die entsprechende Robustheit gegen Umwelteinflüsse und so weiter. Das muss natürlich auch entsprechend belastbar sein. Das ist erstmal das Erste, dass die Module eine bauaufsichtliche Zulassung genau für diesen Einsatzzweck brauchen. Das Zweite und eigentlich noch viel Wichtigere, das ist die Zulassung als Überkopfverglasung oder als Überkopfinstallation. Das ist nochmal, kann man sagen, nochmal eine erweiterte Prüfung, die man auch braucht für so eine Überkopfverglasung. Das sieht dann zum Beispiel vor, dass da natürlich auch entsprechendes Verbundglas verbaut sein muss. Da müssen also Folien eingearbeitet sein. Auch für diese Folien gibt es wieder spezielle Zulassungsgeschichten und Normen, diese einhalten müssen, damit eben auf jeden Fall sichergestellt ist, dass da keine Glassplitter irgendwie mal aus der Höhe auf einen herunterprasseln können. Also auch da, das sind die zwei wichtigen Sachen, die bauaufsichtliche Zulassung und eben die Zulassung als Überkopfinstallation. Das müssen die PV-Module auf jeden Fall erfüllen, wenn man die halt irgendwo als Dachfläche einsetzen möchte. Dann wäre man mal ein Blick auf die PV-Module, die man für so eine PV-Überdachung verwenden kann. Die unterscheiden sich mehr oder weniger in zwei Parametern, will ich mal sagen. Zum einen natürlich in ihren grundsätzlichen Abmessungen. Das bestimmt natürlich vor allen Dingen den Abstand der Dachbalken jetzt meines Carports oder auch meiner Terrassenüberdachung. Weil das muss ja aufeinander abgestimmt sein, die Dachbalken mit dem jeweiligen PV-Modul. Aber natürlich auch zweite Entscheidung ist, wie viel Leistung hat das Modul beziehungsweise wie viel Lichtdurchfall habe ich das Modul, weil die beiden Einheiten so ein bisschen konträr gehen. Also ist klar, muss ich mir vorstellen, je mehr Solarzellen, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein PV-Modul nehme, was mehr oder weniger voll bestückt ist mit Solarzellen, dann habe ich natürlich auch weniger Lichtdurchfall. Für einen Carport ist das vielleicht gar nicht so schlecht, da kommt es ja nicht so auf den Lichtdurchfall an. Dann habe ich so etwa 400 Watt Peak für so ein Modul, aber natürlich entsprechend weniger Licht unter dem Carport. Wenn ich dann für eine Terrassenüberdachung aber sage, hua, also so ein bisschen mehr Licht hätte ich schon ganz gerne, dann verzichte ich bei dem Modul auf ein paar Solarzellen. Die Solarzellen können dann weiter auseinander gebaut werden oder platziert werden und dadurch habe ich natürlich auch mehr Licht, was dann durch das entsprechende Solarmodul hindurch geht. Und ja, dann ist das halt ein bisschen schicker, meinetwegen für eine Terrassenüberdachung, aber ich büße dann so im Schnitt, kann man sagen, rund ein Drittel an Leistung dann für das jeweilige Modul ein. Dann gibt es auch noch Designunterscheidungen. Man sieht jetzt hier zum Beispiel, ich kann einmal das Modul wählen, da sind die Solarzellen dann gleich verteilt. Das finde ich ist auch gar nicht mal so unschick. Oder alternativ, wer es mag, dass man die Solarzellen in einer Reihe angeordnet hat und dann eben jeweils immer so ein bisschen Luft dazwischen. Auch das ist, wie gesagt, das ist jetzt eine Geschmacksfrage, mal so, mal so. Leistungstechnisch, wie gesagt, je mehr Solarzellen auf dem Modul sind, desto mehr Leistung habe ich, aber desto weniger Lichtdurchfall habe ich. Kann man das Ganze so ein bisschen variieren? Auch das ist unter Umständen möglich. Da muss man immer so ein bisschen schauen bei den Spezifikationen der jeweiligen PV-Module. Man kann natürlich durchaus auch bei so einem Carport sagen, in einem Bereich nehme ich vollbesetzte Module, in einem anderen Bereich nehme ich vielleicht dann nicht so vollbesetzte Module. Solange wie die Abmessungen die gleichen bleiben, ist das durchaus kombinierbar. Man muss dann nur von der elektrischen Seite her schauen, ob das denn entweder mit Mikrowechselrichtern gemacht werden muss, ob das vielleicht stringweise dann verschaltet werden muss oder ob die von ihren elektrischen Spezifikationen dann so weit zusammenpassen, dass sich tatsächlich auch ein 400 Watt Modul mit einem meinetwegen 300 Watt Modul dann verkoppeln kann. Aber auch da kann man sagen, das lässt sich ungefähr kombinieren. Auch natürlich die Sache, wenn ich nicht ganz so ins Raster reinpasse, was ich schon meinte, dann kann ich das Carport oder auch die Terrassenüberdachung mit normalen Gläsern versehen, um zum Beispiel Bereiche einfach rauszunehmen, wo ein PV-Modul überhaupt keinen Sinn ergibt, weil da zum Beispiel permanent Schatten draufkommt durch einen Dachüberstand etc. Ja und noch eine entscheidende Frage für die Do-It-Yourselfler unter uns, kann ich eigentlich auch mein vorhandenes und normales Carport-Dach oder Terrassendach zu einem PV-Dach umbauen? Ja, auch das ist natürlich möglich. Entscheidender Punkt ist dabei natürlich der Abstand der Dachbalken. Da muss man so ein bisschen schauen, ich hatte ja eben schon die Abmessungen der Module angesprochen, da muss man mal so ein bisschen mit dem Zollstock mal rausgehen und muss sich das mal anschauen, ob das zum Rastermaß der Module passt. Das ist das erste Wichtige. Dann natürlich auch die Frage, wie umfangreich will ich denn mein Dach sanieren? Ja, wenn ich jetzt so ein Carport-Dach habe, das haben wir bei uns auch gemacht vor zwei Jahren, da war nicht nur jetzt die oberste Bitumenschicht so ein bisschen kaputt, sondern das war wirklich komplett durchgegammelt, da haben wir die Hälfte der Dachbalken getauscht. Wenn ich das Dach so umfangreich sanieren muss, von meinem Carport, jetzt mal um bei dem Beispiel zu bleiben, dann ist das natürlich ohne weiteres möglich, dann reiße ich ja sowieso das halbe Dach ab, dann habe ich die Dachbalken, die kann ich in der Regel dann wieder neu platzieren und da kann ich die natürlich auch direkt so platzieren, dass es eben ins Rastermaß der PV-Module passt. Und dann brauche ich nur noch das Montagesystem und los geht's. Also dann ist das Ganze auch keine Raketenwissenschaft. Für den Fall, dass das nicht in das Rastermaß reinpassen sollte an allen Stellen, das wird bei einem Bestand, also Bauen im Bestand ist ja immer so, dass es immer nie so richtig passt, dann kann ich, was ich eingangs auch schon meinte, auch dann entsprechende Verbundgläser dazu bestellen, um dann die Plätze auszufüllen, wo eben kein PV-Modul mehr hinpasst. Das ist also auch in der Kombination auch überhaupt kein Problem. Das gleiche gilt natürlich auch für jedes Terrassendach. Das heißt also auch da im Bestand, wenn der Dachbalkenabstand passt, ist das überhaupt kein Problem. Wenn es überhaupt nicht möglich ist, die Dachbalken umzubauen, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man das zur Not immer noch mit einer entsprechenden Querlattung dann wieder hinbekommen. Das sieht dann mitunter natürlich nicht so hübsch aus, wie auf den Bildern immer gezeigt, weil du hast dann immer noch irgendwo die Lattung und so weiter. Das ist dann so eine medium-schicke Lösung. Kann man natürlich machen, aber auch da muss man ja bedenken, so ein Dach kostet ja durchaus auch ein paar Euro und dann würde ich schon wollen, dass das hinterher auch schick aussieht und da ist das Entscheidende halt der Abstand der Dachbalken und das sollte man auch im Bestand dann hinbekommen, dass das passt und dann ist der Rest überhaupt kein Problem. Und damit kommen wir zum Abschluss noch auf eine kleine Zusammenfassung und ein Fazit von meiner Seite. Ja, Freunde, ich finde es wirklich super interessant, diese Idee von so einem Photovoltaik-Dach, egal ob es jetzt fürs Carport ist oder meinetwegen auch für die Terrasse und es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, wo ich irgendeine Überdachung habe, die mir primär Schatten spenden soll und ich dann eben aus dem Sonnenlicht dann noch eventuell ein bisschen Energie erzeugen könnte. Und ja, hätte ich davon ein paar Jahre eher gewusst, ich war einfach noch nicht so tief im Thema zu der Zeit, dann hätte ich mein Carport-Dach bei der Sanierung definitiv auch mit solchen PV-Modulen ausgestattet. Ja, weil was habe ich gemacht? Ich habe im Prinzip den Klassiker gemacht und was ich auch schon hundertmal zwischendurch woanders gesehen habe. Ich habe mein Carport-Dach ganz klassisch ausgeführt, ja, Holzeindeckung drauf, Bitumen oben drauf, das Ganze ist dicht, alles super, fachmännisch top ausgeführt. Ja, und anschließend habe ich dann PV-Module da drauf aufgeständert auf dem Dach. Ja, super, also dazu habe ich dann bei mir sogar noch eine große Lichtkuppel eingebaut, damit ich unterm Carport auch genug Sonnenlicht noch bekomme. Ja, das wäre alles wesentlich, naja, wie soll man sagen, smarter gewesen, wenn ich das einfach mit so einem PV-Dach ausgeführt hätte. Muss man sagen, natürlich ist das Ganze ein bisschen teurer, ist logisch, die PV-Module, die Technik, das Ganze kostet natürlich mehr, als wenn ich das einfach nur mit Holz und Bitumen mache, aber man hat natürlich dazu auch dann ein Dach, was sich, oder ein Carport, was sich irgendwo selbst amortisiert durch seine Energieerzeugung, und das ist ja auch irgendwie ziemlich cool, ja. Auch so im industriellen Maßstab, wenn man jetzt mal größere Carports mal nimmt, wo ich dann an einer Firma stehe und habe dann da 20 Ladeplätze zum Beispiel, für E-Autos zum Beispiel, dann stehen die Autos zum einen im Schatten, was ja auch ganz praktisch ist im Sommer, aber eben die Sonnenenergie wird dann auch abgefangen und wieder weitergenutzt. Also so oder so ist das schon eine ganz tolle Sache, und ich weiß auf jeden Fall, mein nächstes Carport an unserem Fachwerkhaus, wenn ich das später irgendwann mal aufbaue, da werde ich definitiv entsprechend ein Solardach davon machen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet, ist das für euch auch eine interessante Lösung, oder habt ihr da irgendwie nicht so den Kontakt zu, dass ihr sagt, nee, das ist mir alles ein bisschen zu vage oder zu viel Technik oder was für ein Carport, könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten noch, ich habe es ja zwischendurch erwähnt, interessanter Punkt, was ja wichtig ist für die ganze Geschichte, sind ja bifaziale Module, dass man halt PV-Module haben, die auch eine gewisse Bifazialitätsfaktor haben, und da habe ich mal ein eigenes Video zu gemacht, wie das funktioniert, was an Bifazial-Modul so wichtig und wo da so die Vorteile liegen. Wer sich dafür interessiert, kann ich euch mal hier noch ein Video verlinken und ja, dann würde ich sagen an der Stelle, wenn noch was sein sollte, schreibt das gerne in die Kommentare, lasst mir auch gerne ein Like da und ja, dann danke ich euch natürlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis denn, Leute. Ciao, ciao. Ciao. Musik